Was man den europäischen Staat bezeichnen sollte, versuchen die etablierten Parteien einen Verlust von Stimmen. Vom sogenannten Schuldkult bezeichnet die Endnazifizierung gerne als Versuch der Alliierten die deutsche Identität. Bitte zögern Sie nicht, sprechen Sie einfach um uns an. Unter denen, die da zu uns kommen in großer Zahl sind, das sei konzertiert, auch Flüchtlinge im Sinne von Schutzzuchenden. Es sind aber viel größere Zahlen von nicht etwa Schutzzuchenden, sondern vielmehr Schatzsuchenden, die da zu uns kommen. Und deswegen stimmt das Wort Flüchtlingskrise schon nicht. Schon da fängt der Irrtum an. Wir haben in der Tat eine Migrationskrise, die uns Frau Merkel mit der desaströsen Politik eingebaut hat. ...ein Land, dessen Großstädte... ...ein Land, dessen Großstädte... ...zurest ...